Was zu sagen, Team EM, 64, 25, strömender Regen, braucht man nicht viel erklären. 12 Punkte, das ist wichtig, anders als beim Eurovision Song Contest, das ist ja immer ein bisschen schwerer scheinbar. Vor Piotr gewesen, okay, das war jetzt nicht so schwer, Piotr hatte eine kleine Verletzung. Von daher wird es interessant, wie die nächsten Wochen verlaufen. Der nächste Wettkampf ist Mittwoch in Ostrava, es geht also gleich weiter. Ich gehe jetzt heiß duschen und wir sehen uns, bis dann.